Maxi-Cosi Titan – mitwachsender Autokindersitz mit Isofix Gruppe 123, Autositz für 9-36 kg. Ein Kindersitz ist eine wichtige Anschaffung, geht es doch um die Sicherheit des Kindes im Auto. Wird das Kind größer, ändern sich die Anforderungen, da ist ein mitwachsender Autositz praktisch, aber auch kostengünstiger, als für jede Lebensphase einen neuen Sitz kaufen zu müssen. Der Maxi-Cosi Titan-Autokindersitz eignet sich für Kleinkinder ab 9 Monaten, aber auch für größere Kinder bis zu 12 Jahren, denn er kann mitwachsen. Zur Befestigung wird der Autositz an die Isofix-Verankerungspunkte angebracht. Er verfügt außerdem über einen Top-Tether als dritten Verankerungspunkt für einen noch sichereren Einbau. Einmal eingebaut, ist der Autositz sicher im Auto befestigt. Zunächst wird das Kind mit dem 5-Punkt-Sicherheitsgurt gesichert und ab ca. 4 Jahren kann der fahrzeugeigene 3-Punkt-Sicherheitsgurt genutzt werden. Die in 11 Stufen einstellbare Kopfstütze wächst mit dem Kind mit und ermöglicht eine komfortable Sitzposition, aber auch eine gute Sicherheit. Für einen weiteren Sitz bzw. Ruhekomfort sorgen 5 unterschiedlich einstellbare Positionen, die nach Bedarf eingestellt werden können, ideal auch wenn man mal länger unterwegs ist. Das Side-Protection-System schützt das Kind bei einem möglichen Seitenaufprall. Es gibt den Sitz auch noch mit zusätzlichem Zubehör, wie einem Becherhalter oder mit einem extra Rücksitzschoner, aber auch in unterschiedlichen Farben ist dieser Sitz erhältlich. Diese Ausführung kannst Du Dir ansehen, wenn Du auf den angegebenen Link unterhalb dieses Videos klickst. Amazon-Kunden, die diesen Autositz bereits in ihrem Auto verwenden, bewerten die Installation im Auto als etwas knifflig. Wer ihn aber nur in einem Auto nutzt, wird seine Freude daran haben. Die Kopfstütze lässt sich einfach verstellen und auch das Gurt lösen ist kein Problem. Das Kind hat ausreichend Platz in diesem Sitz, aber trotzdem auch einen sehr guten Halt. Bei Amazon wurde der Maxi-Cosi-Titan-Autokindersitz mit dem Amazon's Choice in der Rubrik Baby-Autositz ausgezeichnet und erreicht eine Kundenzufriedenheit von 4,5 von 5 möglichen Sternen bei fast 60 abgegebenen Bewertungen. Um Dir den momentanen Preisnachlass bei einem Kauf von über 40 Euro zu sichern, solltest Du am besten sogleich auf den angegebenen Link unterhalb dieses Videos klicken.